Willkommen zu einer weiteren, neuen Session mit Let's Play MTA Multi Tech Auto. Wir machen heute Fischer Job und aufwärtsweise habe ich heute einen Klaren zu geben. Unser Freund Alex, Entschuldigung, unser Freund Alex ist zur Zeit essen. Er ist begeulich, der Stahl einfach. Er ist begeulich, die in der Wurzelt, in der Wurzelt, in der Wurzelt, er ist etwas Besonderes. Und die Konzentration. 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 Ich hoffe, jetzt geht es wieder. Ich hoffe, jetzt geht es wieder. Ich hoffe, es geht wieder mit dem Wasser. Ich hoffe, jetzt geht es wieder. Ich hoffe, jetzt geht es wieder. So. 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 Nein, ihr wisst, das gibt es ja nicht. Ich fange wieder mal los schon. Bekommt man gute Autos für so 30.000? Wie? Ja, 30.000, 35.000, bekommt man da gute Autos? Das weiß ich nicht, was ist klar. Na, ich bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Erzähl, wer war das? Meine Fahrstunde. Ah, okay. Das erklärt so vieles. Ja, warum ich heute nicht komme und ob man es geschrieben kann, meine Fahrstunde. Ich habe vergessen, das eine Motorrad hier abzuschließen. 4 Fische, bei 10 Fischen fahre ich zurück am Hafen, verkaufe die Fische und gehe wieder drauf aufs Meer. Ich habe bisher nicht auf die Zeit geachtet, aber ich nehme mal an, ich nehme seit 5, 6 oder 7 Minuten auf. Wenn es Überlänge wird, werden wir ja sehen. Ich gehe gleich nach Instinkt. Wie meine Oma schon so immer sagen würde, Instinkt. Ach ja, kurze Ankündigung. Ich werde ab Sonntag, wahrscheinlich schon ab Samstag, keine Videos mehr machen für zwei Wochen, da ich für zwei Wochen nach Ägypten fliege und während dieser Zeit keine Videos aufnehmen kann. Alex? Du wirst wahrscheinlich keine Zeit haben, für mich welche zu produzieren? Doch. Könntest du? Mhm. Dann würde der Alex dabei welche produzieren? Jeden Tag? Mhm. Raps hast du oder irgendein anderes Aufnahmekrogramm? Alles, was man braucht. Ja gut. Ja gut, dann hätte man das auch schon geregelt, dann braucht ihr auf mich nicht warten, dann macht der Alex für mich. Ey, Alter. Sorry, dass ich dich unterbreche. Mein Passwort und meine Oma, weißt du ja? Ja, denke ich schon. Und wenn ich dich, also, wenn ich dich jetzt unterbrechen darf, so ein Flugzeug, so eine Dodo, kostet nur 375.000. Bin gleich wieder da. So, diesmal war es mein Vater, der was mich stören musste. Ich will der Familie mich einfach aufzuregen. Ach Maxi? Ja? Wenn du willst, nehme ich für dich gleich schon auf, dass du sogar noch mit im Video bist. Wie? Also jetzt, dass ich gleich aufnehme. Du brauchst es doch nicht, du musst es erst absenst, also halt einfach so was machen. Mhm. Ich weiß, das kommt jetzt ein bisschen. Mach halt dann unter meinem Account, du kannst ja ein wenig Boot fahren und sonstiges, kannst ja ein wenig jobben. Ich weiß, das kommt jetzt ein bisschen doof, ne, aber ich liebe Bananenmilchshake. Wieso konntest du? Bananen. Und? Ist trotzdem sauerdecker. Meine Mutter trinkt das auch, also von dem her. Mhm. Du meinst jetzt im Zusammenhang mit dem? Mhm. Ja, okay, das ist wirklich nicht so. Aber ich hab schon frisch ist einer die Sachen gesehen, oder gehört. Bananenmilchshake an sich ist lecker. Zum Beispiel gab's ja auch eine berühmte Frage, wie war der Sex gestern? Mhm. Eine wunderschöne Frage. Eine wunderschöne Frage. Jo. Es ist wahrscheinlich am Regnen in GTA. Wahrscheinlich. Ey, das regt einen auch noch an der Regen. Da regnet's ja nur noch. Ja. Ja, real life, ne? Das auch. Ich weiß mal, wie viele Fische ich jetzt habe. Ob ich fange jetzt noch zwei und dann reicht das. Hoffentlich. Wer die letzte Folge mitbekommen hat, ich hab mir jetzt ein Boot gekauft und hab meine 100 Stunden, wie ihr seht, überschritten. Das bedeutet, wir haben schon mal die letzte Folge mit Überlänge 30 Minuten gefeiert. 30 wundervolle Minuten mit mir und Alex. Wenn der Alex natürlich mal die Videos von mir haben möchte, die Uhr auch mit zu sehen ist, kann er gerne haben. Hey. Das ist auf jeden Fall schon mal gut zu wissen, ne? Ja. Ja. Ich hab alle bei mir. Ich hab sie alle gespeichert. Mhm. Ich darf einfach Kilometer weit fahren, weil ich mich verfahren habe. Wenn jetzt noch ein Fisch rauskommen sollte, dann sage ich nochmal, das ist da das Zeichen, ob ich noch weiter auf dem Zeug. Mal schauen. Au. Ha. Ich bin hochgesprungen mit dem Motorrad und bin ich einfach gegen eine Hauswand geklatscht. Typisch ich. Typisch. 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 Das kriegst du nicht. Premium? Ja. Was? Fahr mal nach oben, du siehst doch in LV, also oben rechts. Dann kann ich hier nichts kaufen? Nein. Oben in LV, oben in LV. Ganz oben links. Ist ein Auto? Ganz oben links? Also oben links in Las Venturas. Ach so. Mhm, über dem Roten Haus. Ja, dort fährst du hin. Und da krieg ich auch Zeug. Sportwagen. Ja, nice. Aber die Kosten halt je entsprechend. Wenn ich eins für 35.000 bekomme, so ein halbwegs Gutes, dann ist es auch schon gut. Ja, kannst du probieren. Und wenn, dann legen wir zusammen, dann holen wir uns gemeinsam ein krasses Auto. Ja, das ist gut Alex, ich werde mir jetzt erstmal Premium leisten. Hm? Ich werde mir jetzt erstmal ein gescheites Haus noch kaufen. Wie viel brauchen wir nochmal für Premium? Ja, aber ruhig bitte, wer es nicht mitbekommen hat. Ich habe mir so eben, ähm, ich habe bei der letzten Folge in mein Haus gekündigt. Ich habe verkehrt zu 25 km. Und habe mich bei jemandem eingemietet, damit ich mir ein Boot leisten kann. Nicht in meinem Nebenstandard. Ja, ich habe mir das nicht mitbekommen. Ach, wie viel... Wie soll ich da wieder schnauen? ... was kaufen. Ja, Alter, ich ras hier gerade durch die Sachen durch, ne? Also muss ich wissen, ich sage, ich sage, ich mache nur ein bisschen, wo ich gehe, ich gehe auf dich. Allerdings, der sagt, die Windstärke ist okay. Eine alte Damentasche. Guten Abend zusammen, der Regen hat ein Ende und die Sonne wird jetzt gleich wieder strahlen, allerdings steigt die Windstärke ein wenig. jetzt bin ich dran was ist mit den Wellen ich steige mit der Windstärke würde ich sagen ab wie also wie viel kostet Premium 50k? Geht ja noch oder? Oh Gott Gott ist das schlecht wenn ich verpasste die Hose ok ich wurde geblitzt und mir wurden 518 Dollar gezogen jetzt habe ich meine Fisch gezogen jetzt habe ich meine Fisch gezogen ja 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 wie viel Geld ich jetzt damit rausbringe da war ein Hufeisen im Wasser hm und ich konnte nicht aufsammeln weil ich dabei daneben fahren will ja 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 ich konnte so ne Entspannung hao tücke da ist da 9000 habe ich bekommen das heißt mein Foto startet ab 30.000 so also das kostet 121.000 und sieben Prozent zwei Prozent wenn ich ich dann rede jetzt ja also dann würde ich sagen wir haben die nächste Folge fertig bis dahin tschüss